So, ein neuer Tag. Wir lassen mal ein bisschen Licht rein. Ich glaube, das bringt gar nichts. Schminkzimmer der Frau, genau das mit Pink. Ja, moin auch für die Leute auf YouTube. An die Leute auf YouTube. Aber es ist unglaublich. In dem Laden sah das so viel heller aus. Und hier ist es ein Witz. Aber wir nehmen das erstmal. Und wir müssen es wahrscheinlich gleich nochmal kaufen. Ha! Wegen einem! Leck mich doch am Arsch! Gut, wir müssen ja eh jetzt gleich nochmal los. Und... Nein! Das vergesse ich immer wieder, ne? Wenn wir das hier in der Hand haben... Oh, warte, warte, warte. Die Katze! Die Katze! Jetzt muss ich noch das Dunkle holen eben. Weil ich dumm war. Oh, ich muss pissen wie ein Stier. Egal. Ist eh die letzte Folge für heute. Ist das denn nicht so schlimm? Welches war das das? Das ist ja überhaupt kein Unterschied, oder? Oder habe ich das hier draußen auch gemacht? Ne. Das ist überhaupt kein Unterschied. Oder habe ich doch das Falsche noch gekauft? Das ist das. Das sieht auch scheiße aus, ne? Aber warum... Hä? Ich bin langsam verwirrt mit den Farben hier, ey. Das ist das Dunkle. Aber warum haben wir hiervon nur so wenig? Also, was haben wir jetzt damit... Was haben wir denn jetzt mit dem helleren Braun, welches auch scheiße aussieht? Das müssen wir unbedingt ändern, aber... Was haben wir denn damit jetzt schon gestrichen? Dass wir da so wenig von haben. Ah! Unter anderem das hier unten. Okay. Aber... Das sieht halt auch kacke aus, ne? Also... Da müssen wir nochmal hin. Zum Laden. Scheiße. So, das... Wollen wir nicht mehr haben, das hauen wir in die Natur irgendwie. Ich hab Bock mehr drauf. So, hallo, Bienchen. Was geht denn ab bei euch? 100 Prozent. Hier machen sie gar nix. Scheiße. Wir müssen doch... Alle davon... Irgendwie... Das ist ja doof. Ja, du musst jede Wabe nehmen. Das ist doch das, was ich vorhin gefragt hab. Oh, Mann, ey. Ihr seid ja echt... Ihr seid ja, Leute. Mann, Mann, Mann. Das ist ja, Leute. Das ist ja, Leute. Mann, Mann, Mann. Das ist ja. Wir machen davon. Wir machen jetzt die Wabe. 2% sollen da noch sein. Community jetzt wieder verbockt. Weil ich euch vertraut hab. Mann, Mann, Mann. Gott. Wo hattest du denn noch da bei Best Burger, der da nicht mehr ist? Sollen die Völker sein? Ja, das ist... Egal. Verkaufen wir den Scheiß mal mit. So, Farbe nochmal neu. Einfach mal wissen, was Honig überhaupt bringt. Die Völker sind ja auch einmal calend. Oh, c'est so årigin. Oh, c'est so årigin. Kaufen die mir überhaupt Honig ab? Oder muss ich das im Laden? Wow. 56. Hä, komm, ist irgendwie auch Geld, ne? Ja, realistischer wär's gewesen, wenn die sich vermehren, ne, aber, na, man kann nicht alles ahnen. Das Blöde ist halt, dass die so schlecht zu finden sind. Also, die sind ja rar gesät anscheinend. Also, wir hatten das hier. Oder, warte mal, wir machen mal wieder mehr Sättigung rein, aber wir, ehrlich, ne. Das ist doch alles kacke, oder? Also, es soll schon braun sein. Hm. Hm. Wir laden mal eben die. Das wird ja auch nicht, das wird ja auch nicht geiler werden, ne? Ich probier's mal damit. Äh. Die ist ja eh scheiße, dann speichern wir die mal eben dazwischen. Kaufen das mal einmal. So. Und ihr wolltet pink für das eine Zimmer. Das können wir schon mal mitnehmen. So. So, nämlich. Ähm. Gibt's hier irgendwelche Farben, die wir nicht mehr brauchen? Das hier wahrscheinlich. So, pink. Kaufen wir schon mal pink. Und wir kaufen das einmal, damit machen wir den Boden in dem pinken Zimmer. Das wird krass. Das ist ja wenigstens. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh ja. Trinken. Also dir geht's gut. Ey, das ist so... Ja, lassen wir erstmal so. Keine Ahnung. Ah scheiße, da muss... Naja, egal. Ja, egal. Ja, egal. Ja, egal. So. Das hat wie. Ich wollte ja eigentlich eh... Warte mal, wenn wir schon dabei sind... Hatte ich ja mal gesagt, dass... dass ich hier einen Flur hin machen wollte. Ach, Gott. Das geht ja auch wieder nicht. Oh, Mann. Jetzt müssen wir aber hier nochmal irgendwo ein bisschen Licht haben. Äh. Doch bis jetzt nur diese eine Lichtquelle, ne? So ein bisschen. Also... Es gibt glaube ich noch... Hier gibt es noch Licht, oder? Scheunenlicht. Es gab mal Scheunenlicht. Da. Lampe. Na. Gut. Das Ganze macht mich fertig vor den Geräuschen her, ey. Das ist ja... Das ist ja schlimm. Da. Das ist ja schlimm. Na Katze? Du musst aufpassen, du kommst hier sonst nachher nicht mehr raus. Ey, dieser Fußboden ist absolut hässlich. Also, hässlicher geht schon fast nicht mehr. Dann vielleicht doch wieder den dunklen Boden. Also, ich glaube, der gefällt mir dann am besten. Oder? Was sagt ihr? Oder weiß. Aber weiß haben wir doch schon an der Decke. So, ich muss mal eben Metall. Metall, Metall, Metall haben wir da. Oh Gott. Das ist irgendwie ganz komisch. Das ist irgendwie, ähm... Das war schon... Als ich die zweite Staffel gemacht habe, so... Dass die Farben oft nicht so aussehen, wie die, die man da einstellt in dem Gerät. Das ist so ein bisschen... Ja, doof. Könnte man sagen. Geil wäre, wenn wir die Farbe wieder wegmachen könnten. Dann hätte ich den Boden einfach so gelassen. In dem Holz, ne, den wir haben. Oh, die Wände einfach farbig und gut ist. Ja, Mann. Ha, 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 ha. Voll geil. So, ihr wolltet es... Guckt, nicht mal, das ist richtiges Pink. Und wir haben das Barbie Pink ausgewählt. So, ich hab's gewählt. Ja, ich hab ein Frieden. Derrill ist raus. Ja. Ich hab's nicht vraiment ra und macht mich does. Rick, oder? Also, ich hab das huelly irgendwie komisch gewählt. Okay. Ja, das schön. So, ich hab das Wort dann auch gesagt. Und dann, wie geil soll das nach in den Maintenance expresney رichtunrunken. So Ich würde sagen, wir fahren da gleich nochmal hin Und schmeißen ihm die Farbe wieder in die Fresse Ich glaube Farbe kann ich halt nicht mehr verkaufen Das ist das Blöde Das ist echt so ein bisschen Mäh Haben wir noch das dunkle Braun Hier irgendwie Ne, ne, das war das hellere, ne Shit Okay Guck mal, hier sieht das pink aus Aber so wie es da unten ist Ist vielleicht noch einmal die Beleuchtung Weil es sich mit der Holzfarbe mischt Ey, ist eine Möglichkeit Das ist natürlich eine Möglichkeit Ich will mal eben was probieren Aber die Katze mag das pinke Zimmer schon mal Oh ... Musik ... Ich probiere es mal heller, okay? Haben wir noch Zeit? Ja. Guck mal, die rennt wieder ins pinke Zimmer. Die mag das. Ich versuche jetzt mal die Farben doch wieder zu verkaufen. Aber ich glaube, das geht nicht. Ich versuche jetzt mal die Farben. Okay. Ich würde da gerne wieder rüber. Ja, ne? Günther ist beste Katze ever. Ich weiß, wie geil ein pinkes Zimmer ist. Habe ich nicht vorhin noch gesagt, wie geil sich diese Karte mittlerweile fährt? Also entweder bin ich bescheuert geworden, oder ich kann mich an daran nicht gewöhnen. An die neue Steuerung. Dass ich in meinem Kopf immer noch diese spammige Scheißsteuerung. Kann ich hier überhaupt verkaufen? Geht das? Ja. Gucken wir mal, ob die die Farben mittlerweile annehmen. Ich glaube, damals ging das nicht. Aber weil sie so scheiße sind so hässlich könnt ihr die hier behalten. Stell ich euch hier hin. Könnt ihr euch eure Hodensäcke mit anmalen mit der Scheiße? Also. Wir nehmen denn nochmal das Dunkle, haben wir ja gesagt. Laden, kaufen. Kaufen wir gleich zweimal. Dann gehen wir nochmal auf das Pink, laden und gucken mal wegen der Helligkeit. Ne, es ist ja schon sehr hell. Vielleicht weniger Sättigung. Wir probieren es mal mit weniger Sättigung. Okay. Ähm. So und dann. Hätte ich fürs Schlafzimmer gerne so ein bisschen oder ein helles Gelb. Ich hätte schon irgendwie ein kräftiges. Gucken wie das so wird. Oh, wird schon wieder dunkel. Und im nächsten Stream müssen wir uns auch mal wieder um die Tiere kümmern. Was das bedeutet. Wir müssen uns auch mal wieder um die Tiere kümmern. Ähm. Ihr wisst es vielleicht. Wir kümmern uns halt um die Tiere. Ähm. Das müssen wir unbedingt tun. Und. Wir haben ja extra. Wir haben jetzt auch schon ein paar Kälber. Das heißt, wenn die dann bald ausgewachsen sind, können wir da mal richtig reinholzen. Ähm. Ähm. Ich wollte ja nochmal Kalbsfleisch auch verkaufen. Habe ich irgendwie nie gemacht. Viel zu weit gefahren. Viel zu weit. Viel zu weit. Ich war ja noch mal. Ja, ich habe so. Und. Ja. 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 So, dann nehme ich noch mal Weiß mit, weil Decken müssen noch Weiß oben. Habe ich gesehen. Nein! Zu deinem des Lebens. Der Wolf ist da draußen, der Wolf. Ja, der ist ja doch Weiß. Hä? Irgendwie sah das vorhin nicht gestrichen aus. Ja, okay. Wir brauchen gar kein Weiß. Ich bin einfach nur behämmert. Wir probieren das jetzt nochmal mit dem Pink. Die Katze hat mich schon wieder hingeschissen. Mal sehen. Ja, eher. Aber ich glaube, da müssen wir nochmal gucken, wenn das Dach ist. Oh ne, das kann ich ja mal so lassen bei der Tür. Dann können wir das besser vergleichen. Was ich auch nochmal probieren würde kurz, ist... Was ist ungefähr die Mitte? Ist das die Mitte? Irgendwie gibt es hier keine richtige Mitte, ne? So, warte mal so. Ich will einfach mal gucken, ob die besseres Licht, anderes Licht... Was brauchen wir hier? Metall. Natürlich. Wieviel haben wir noch? Boah, genau das, was wir brauchen. Alter. Für Glück muss man mal haben. Achso. Auch das Metall, was wir nicht haben, nicht wieder... Ja. Ja. Ist schon irgendwie geiler, oder? Ja. Ja, Alter, ich finde das besser. Also auf jeden Fall. Das wird das Katzenzimmer. Hier sperren wir das Scheißvieh ein. Äh, die super nette, tolle Katze. Und dann passt das. So, und jetzt würde ich gerne nochmal... Habe ich noch Metall oben? Weiß das einer zufällig von euch? Ob wir da oben noch Metall hatten im Lager? Äh, was sagt denn die Uhr, ne? Eigentlich können wir auch gleich schlafen gehen, aber... Mag sich einer mal von euch was aufschreiben? Für den nächsten Stream? Ja. Aber noch... Genug. Oh Mann, Andy macht Gronkh. Wieso mache ich Gronkh? Konkurrenz. Wieso? Ich will aber keine Konkurrenz für Gronkh sein. Sagen wir mal so. Ja, ich glaube, ihr müsst euch das doch nicht aufschreiben. Ich bin ja... Ich bin ja hier. Ähm. Hier ist es die Mitte, ne? Oder? Ist es auch wieder nicht die Mitte? Naja, ich... Zu ihrem eigenen Schutz will ich sie einsperren, natürlich. Zum eigenen Schutz. Irgendwie habe ich das Gefühl, mal ist es mittig da, dann ist es mittig da. Ich bin auch irgendwie ein bisschen verwirrt. Egal. Ich will ja erstmal nur sehen, wie geil das Licht ist. Zack, zack, zack. Diese Lichter sehen zwar nicht geil aus, aber sie scheinen das bessere Licht zu machen, als das hier. Äh. So, wartet mal. Musik war aus. Ähm. Ich wollte mir noch einmal das Gelb angucken. Ja. Vielleicht hier sogar noch ein helles, leichtes Grün. Als Kontrast. Weiß ich noch nicht. Bin ich... Bin ich mir noch nicht sicher. Und wenn wir romantisches Schlafzimmerlicht haben wollen, dann machen wir halt so. Ne? Dann machen wir so. Oder? Tür zu, damit die Katze nicht reinkommt und sich auf mein Gesicht legt. Wo ist sie eigentlich? Äh. Äh. Ja, wenn es bequem ist, kannst du natürlich auch im Fliegen schlafen. Ich weiß ja nicht. Was weißt du nicht? Mit dem Gelb? Ich find das voll cool. Ich mag Gelb. Also eigentlich mag ich Grün, aber... Gelb und Grün mag ich ja ganz gerne. Egal. Wir können das ja beim nächsten Mal immer noch ändern. Das sieht jetzt auch nochmal anders aus. Morgen bei Tageslicht. Gucken wir mal. Also. Für heute ist vorbei. Oder auf jeden Fall die Folge ist vorbei. Für die Leute auf YouTube. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Euer Christian. Vielen Dank. Tschüss. 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 Musik. Untertitelung des ZDF, 2020